Musik 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 Zum Beispiel Bogen schießen wir Playstation 5 VR2 Man sieht seine eigenen Hände und man hat einen Pfeil und Bogen, aber man muss jeden Pfeil vom Rücken aus dem Köcher nehmen und einlegen und auch diese Bewegung machen und so, das ist so immersiv man kommt gar nicht mehr drauf klar Musik Leute, wenn ihr jetzt zuschaut Nee, Schmarrn kauft euch das nicht, aber ist geil Musik Musik Irgendjemand schneidet sich in dem Film glaube ich mit Zunge raus an irgendeinem Punkt Vielleicht hat er keine Zunge mehr oder so Musik Ich weiß nicht Aber das krasse ist so eine minutenlange Fight Sequenz, die so aussieht wie in einem 2-dimensionalen Jump and Run Fight Spiel, wie Street Fighter Ich weiß gar nicht mehr irgendwelche Untergrund Keller oder sowas wo er sich durchfightet unter Kunstlicht Ja Ein so ein Keller Kellerapartment und der Weg dorthin Ah, er ist in einem Keller eingesperrt Nee, da ist er schon raus Achso Ja, da ist er dann raus, also da schlachtet er sich raus, glaube ich Aber wo ist denn die Wohnung? Ist die in einem normalen Wohnhaus oder ist das eine extra so eine Anlage, die dafür angelegt wurde, ihn einzusperren? Ich glaube, es ist einfach eine Wohnung in so einem riesigen Mieshaus Ich glaube auch, weil sonst gibt die Szene auch keinen Sinn mehr Aber dann hätte er doch in den 18 Jahren irgendwie Aufmerksamkeit erregen können durch Brandstiftung oder whatever In Deutschland war jetzt erst der Fall, dass die Großeltern und die Mutter ihre Kinder Ich glaube, die ist nicht immer zwölf und der Junge noch bisschen kleiner Die durften noch nie Die waren noch nie draußen Die waren auch eingesperrt in diesem Haus Das ist creepy Wie bei Natascha Kampusch War das die von dem Fritzl? Aber die war auch eingesperrt Die war auch eingesperrt Ah ja Dieser Fritzl hat seine Tochter eingesperrt Welcher Fritze? Josef Fritze Im Endeffekt der Twist an dem Film Chinatown ist dass der Vater hat mit seiner Tochter eine Tochter gezeugt und die ist sowohl die Mutter als auch die Schwester von dieser Frau Und das ist dann so der Big Reveal Und dann wird sie irgendwie erschossen Was auch wieder auf Oedipus zurückkommt Weil Oedipus sticht sich irgendwie sein linkes Auge aus oder sowas Und ihr wird durchs linke Auge geschossen Das war's für heute Das war's für heute Das war's für heute Alarm! Ah, irgendwas bei Ebay! Oh ne! Okay, ich schau mal, aber... Star Trek, The Original Motion Picture 6 Movie Collection 6, 4K, 39 Euro Ne, das kann ich nicht machen Der schaut schon Star Trek Ne, ne Aber in 18 Minuten, das ist gut Da muss ich mir noch einen Timer setzen 15 Minuten Okay So weit, so gut Ich hoffe wir sind auf dem richtigen Weg 1.0 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020